So, jetzt gucken wir mal eben. Ja, Spiel ist drinne. Sehr schön. So. Ich werde gemütlich alles hier hinsetzen. Mal gucken, was da so kommt. So. Wir wollen mal hoffen, dass der Chat heute funktioniert. Das wäre, wäre sehr schön. Wenn der jetzt richtig funktionieren würde. Da habe ich mir richtig Lust zu. Ja, wir denken positiv. Auf jeden Fall. Ah, siehst du, ich wollte die Lautstärke noch ein bisschen runterdrehen, weil die Musik war ja ein bisschen laut beim letzten Mal, wenn sie zwischendurch mal kamen. Und noch haben wir draußen, noch ist es dunkel, aber das kann ich eben schnell ändern. Ich bin noch alleine hier drauf. Das heißt, wenn ich jetzt schlafe, geht es ganz schnell. Gute Nacht. Ja, jetzt ist Tag, genau. So. Ähm, was auf. Äh, ich zeige dir einfach mal das Erste, was wir noch gemacht haben, als du gegangen bist, weil wir haben nicht mehr so viel lange, wir haben nicht so viel mehr gespielt danach. Ähm, zum einen, ich weiß nicht, hast du den Rollbach auch mal noch mitgekriegt? Nee, ne, oder? Ihn? Wo ich die, wo ich den Banner hierher hab? Hast du das noch mitgekriegt? Weiß ich nicht, ich glaube. Nein. Oh, okay. Ey. Jetzt werde ich hier beschossen. Ey, du blöde Sau. Geh weg. Äh, beim Muni am, ähm, Haus waren noch ein paar Plünderer und einer davon war dieser, war ein Räuberhauptmann. Den hab ich dann erledigt. Hab ich diesen tollen Banner her, dieses tolle Banner her und so einen blöden, so einen blöden, ähm, Debuff. Der sagt, dass immer wenn ich, ähm, wenn ich jetzt das nächste Mal ein Dorf betrete, wird das angegriffen. Das muss ich erst loswerden, bevor ich halt in ein Dorf gehen darf. Ähm. Das ist halt natürlich ärgerlich. Weil. Das wollen wir ja nicht. Und ich hab oben, äh, das Plateau noch ein bisschen bearbeitet. Sonst muss ich aber eben einmal so hier ein bisschen abernten, damit ich Essen kriege. Und wenn ich verhungere, aber ich kann ja hier schön Brot produzieren. Damit. Da, ich hab jetzt hier meine, mein Getreide abgeerntet. Die Tür machen wir ja schön zu. Und ich hab hier, glaub ich, noch mehr Getreide. Ja, sehr schön. Und damit, komm, die Steine gleich noch eben reinpacken. Und damit war das, war das, war das so. Oh Gott, das ist Strohballen, okay. Und das war ein Brot? Nein. Ich musste ich Mehl erst, glaub ich, machen, oder? Oder war das einfach nur, ne, drei so waren das. Da kann ich jetzt Brote von machen. So, fünf Brote. Da hab ich auch was zu essen. So, jetzt wollte ich dir aber zeigen, was wir gemacht haben. Pass auf. Jetzt sind wir hier hoch. Und ich hab hier angefangen. Und guckt mal, so, das Plateau ist ein bisschen platter geworden. Wie man so sieht. Ne? Ich hab ein bisschen, ein bisschen, äh, begradigt. Hier hab ich ein Loch gelassen, deswegen auch ein Zaun drum, damit mir da keiner reinfällt. Ne? Weil ich hab hier noch so ein bisschen Wasser gefunden. Hier mach ich später den Brunnen dann hin, der in der Festung wird. Dann mach ich hier ein paar Steine drumherum, mach den ein bisschen hoch und dann ein bisschen Holzgestände drauf und dann können wir hier so einen schönen, schönen Festungsbrunnen machen. Äh, nur wenn man hier jetzt reinfällt und nix hat, dabei hat, dann kommt man hier nicht wieder hoch. Und deswegen hab ich da jetzt erstmal einen Zaun drumherum gemacht. Ähm, das hier lass ich, glaub ich, offen. Ich verlängere das nach hinten so ein bisschen, das, ähm, die kleine Festung. Ja, das ist doch eine schöne Idee, ne? Weil, ich glaube, ich mach gar nicht so, so viel rein. Ich werd, glaub ich, ähm, tatsächlich nur, ich kann die, die, wenn ich es dann immer noch erweitern muss, kann ich es immer noch erweitern. Aber ich glaube, ich werde, hier den Brunnen, dann wird das hier so quasi der Außenhof, dann kommt hier so die Wand, die kommt hier drumherum, so drumherum, so schön, Außenwand, ist hier so eine kleine Öffnung und dann kommt hier ein kleines Gebäude hin, da kommt ein kleines Gebäude und dann, und dann machen wir das. So. Und zur Not, wenn's mir dann zu klein ist, kann ich ja immer noch, die Ecke hier immer noch mit Erde andocken und, äh, erweitern. Ne? Aber ich finde, ich fang tatsächlich mit dem Brunnen nachher an, dann hab ich den schon mal stehen. Lass mal mein Brot auch essen. Ich wollte ja den Grundriss erstmal ziehen. Aber wir brauchen ja auch ein paar Steine. Und deswegen geh ich jetzt auch hier rein. Ich bin jetzt am Überlegen, um hier in Ruhe abbauen zu können, kann ich ja theoretisch, kann ich hier einfach so, guck mal, mach ich jetzt hier das Wasser zu. Kann ich jetzt hier schön in Ruhe, guck mal, jetzt kann ich hier in Ruhe langlaufen, ohne dass mich was stört. Ohne dass das Wasser mich auffällt. Das ist doch toll, ne? Ja, find ich auch. Ich bin am Überlegen, mir das Spiel auch zu holen. Also mein Laptop, das packt, oder gibt's das auf Handy? Nee, ich glaub, für Handy weiß ich gar nicht, aber ich glaub, dein Laptop müsste das auch packen. Du, pass auf, wir machen das ganz einfach. Mh, ich guck mal, ob wir das erstmal austesten, dass ich dir das mal quasi zur Verfügung stelle, also dass wir das mal installieren, bei dir, und dann erstmal gucken, ob der Laptop das überhaupt packt. Ne? Ja, das ist ne, das machen wir. Ich glaub, das ist, glaub ich, das Beste. Mal so viel rumprobieren und sowas ist ja auch nicht so schön. Jetzt muss ich mal schauen, wo grabe ich mich ein. Also hier ist der Zug, hier ist das, da ist Wasser hinter, das weiß ich. Ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn ich mich hier irgendwo eingrabe. Ähm... Oh! Du blöde Sau. Jetzt hab ich mich gerade verjagt. Oh! 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 Dass ich mich so erschrecken kann hier! Frechheit! Kommt ihr einfach da angeschossen von hinten! Ich glaub, hier hab ich wieder Wasser. Da. Da. Ah, da ist das Wasser wieder. Okay. Ach, aber so viel ist das gar nicht. Das find ich ganz hübsch, so ein kleiner Wasserfall. Ne, den lass ich. Ich hab mich auch erschreckt. Ja, ne? Frechheit von dem, oder? Aber ich grab mich hier unten rein. Ja, schön die ganze Erde, äh, die ganzen Steine weg. So. Die brauchen wir, brauche ich ja später alle für die, für die Festung oben. Muss ich ja alles abbauen. So viel dann. Und ich brauche ja dann auch noch mehr, weil ich ja auch dann noch Sachen für... Oh, warte mal. Ist der von da oben gekommen? Ist der von hier... Ach, hier oben ist noch kein Licht. Ne? Das ist das Problem. Deswegen... Können wir hier mal eben alles ein bisschen heller machen. So. Das ist... Ach, das ist schon unter der Festung hier. Ja, was fällt dem ein? Ja, richtig. Frechheit, oder? Der hätte sich anmelden müssen mit Termin und alles. Für die 5 Uhr-Erschreckung. Also tatsächlich, wenn wir hier hochgehen, da oben das Plateau, was ich gebaut habe, kann man nur endlich sammeln, oder ist irgendwann die Taschen... Die Taschen sind irgendwann voll. Also die Stacks gehen immer so 64 Stück und dann ist die Tasche voll. Aber man kann ja dann Kisten bauen mit Holz und daran kann man wieder Sachen wieder lagern. Ja, richtig. Ohne Termin gar nichts. Außerdem jetzt gerade, ne? 1,50 Meter Sicherheitsabstand, ne? Weiß Bescheid. Das wird jetzt auch ein bisschen langweilig hier gerade. Weil wir nichts anderes machen als Steine abbauen. Steine, Steine, Steine. Oh ja, warte mal. Dann mache ich hier mir mein kleines... Ach, hier habe ich schon mal mit meinem Loch hier angefangen. Dann mache ich hier meinen Bergbau. So. Hier der Tagebau wird jetzt hier hingebaut. Steinbruch. Ne? Oh. Was ist denn da? War ich da schon? Scheint so. Eine der Corinna nicht ernst nimmt. Ja. Ja. Die, die olle grüne Minna. Äh, so. Dann ist wieder Licht. Wir wollen ja auch was sehen. Deswegen muss ich auch nach unten bauen. Weil ich will auch noch sowas wie... Ähm... Das muss ich ja mit einer Schaufel wegmachen hier, das hier. Ich muss ja auch, ähm... Ich will, ich will, ich will... Was will ich denn? Was will ich gerade sagen? Eisen und sowas will ich noch finden. So. Eisen. Ich brauche ja Eisen später, um bestimmte Sachen auch abzubauen. Das geht ja nicht einfach so. Zack. Mal eben zwei Lichter rein. Damit mir ein Licht aufgeht. Oh, ich sehe da unten schon Eisen. Also noch spiele ich hier, wie gesagt, alleine. Aber meine tolle Begleitung wird ja gleich auftauchen. Da müssen wir sowieso gleich auch nochmal einen Besuch abstatten. Und mal gucken, wie sich das, äh, ganz entwickelt hat. Das Häusle baue da. Kann ich ja nicht mithalten. Also... Ich stinke ja ab gegen... Gegen das, was sie so hinbaut. Ja, sie fehlt richtig. Ja, geduldet euch. Geduldet euch. Es wird... Wieder... werden. Steine kloppen. Ich baue da die ganze Zeit hier Zeug ab, was ich gar nicht brauche oben. Ich will das immer nur haben, weil das fällt immer... Das ist halt so das Problem. Das ist halt so wie so Sand. Wenn man da das unterste abbaut, fällt der Rest halt nach. Und das kann ich nicht haben, wenn ich dann irgendwo sitze, was abbaue und nachher fällt mir das alles auf die Fresse. Da habe ich keine Lust zu. Jetzt werde ich gleich auf jeden Fall erstmal das Eisen da abbauen. Hier noch die Sachen mitnehmen, weil... Eisen möchte ich mitnehmen. Ich brauche noch eine Eisenspitze. Und meine Eisenrüstung muss ich auch wieder neu bauen. Meine andere habe ich ja verschenkt. Ja, kann man verstehen. Ja, auf jeden Fall. Die anderen Sachen bleiben schön hier oben hängen. So, das Rote so. Tatatatata. Ganz viel Langeweile kann ich auch diese Steine im Ofen brennen. Dann sehen die halt noch ein bisschen anders aus. Ich weiß halt noch nicht, ob ich das machen will für die Burg. Oder ich mache das für bestimmte Gebäude nur. Oder für den Brunnen oder für die Mauern. Muss ich mal gucken, wie die aussehen, wenn die gebrannt sind. So. Ein bisschen heller machen hier. Hier ist sowieso gleich die... Die Spitzhacke geht mir gleich kaputt. Das sehe ich schon kommen. Es waren doch nur zwei Eisenblöcke hier, ne? Nur zwei. Das gefällt mir nicht. Das ist viel zu wenig. Ja, ich brauche hier ein großes Loch rein. Ja, okay. Und da ist es aus. Habe ich noch eine... Nein, ich habe keine Spitzhacke mit. Das heißt, wir gehen jetzt eine nächste... Die nächste wiederholen. Kommst du nicht? Du bist an der falschen Stelle. Wieso bin ich an der falschen Stelle? Achso, wegen dem Eisen. Ja. Definitiv war das die falsche Stelle. Aber ich habe ja ein bisschen was. Die zwei kann ich da ja reinstellen. Ne, ich wollte schlicht den Kies da rein. Feuerstein nicht da. Das verratene Fleisch. Das brauche ich sowieso nicht. Bruchstein. Ganz viel von diesem Zeug hier. Feuerstein brauchen wir, um Feuerzeug zu machen. So, jetzt brauche ich aber auch noch... Drei Steine für eine Spitzhacke. Ich muss auch noch Stöcke machen. Achso, okay. Achso, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Das habe ich nicht gehört. Wann jetzt klar? Es tut mir leid. Habe ich doch tatsächlich vergessen, den PC vorzubereiten. Schande über mein Haupt. Hm. Ja, brennt Zombies. Da ist sie ja. Ja, sie muss da aber noch einen kleinen Moment, bis sie da ist. Weil der... Das Spiel muss noch eben hochfahren. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Und zum Beispiel sehen wir Eisenbarren und ein Feuerstein. Damit können wir ein Feuerzeug machen. Super. Es war mir klar, dass das jemand witzig findet. Das sind auf jeden Fall Rezepte, die wir zum Kopf haben. Zucker. Ich kann aus Zuckerrohr Zucker machen. Brauche ich auch für irgendwas. Ich glaube einen Kuchen zu machen. Ich habe mal Zucker gemacht. So. Ich muss ja noch Zuckerrohr sammeln. Aber da draußen war ja irgendwie Zuckerrohr. Ich habe ja nicht alles abgeerntet. Kann ich mir ja immer wiederholen dann. Kann ich schon ein Kuchenrezept? Ich will einen Kuchen. Ne, kann ich nicht. Ne, kann ich nicht. Oder ist das immer nur... Ach, das ist wahrscheinlich durch die Sachen, die ich so im Kopf habe. Ich habe ja nicht alle Rezepte drin. Auf zum nächsten Schluck auf. Ich weiß. Der ist nicht lustig, aber funny. Aber alles gut. Ich bin da ja hart im Nehmen. So. Ich habe ein Stück vom Zaun eben weg. Damit ich hier die Umrandung von dem Brunnen setzen kann. Ne, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das muss schon so... Dann muss aber das hier wieder weg. So. Muss ich aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Oh. Oh. Du kennst mich. Natürlich kenne ich dich. Deswegen sage ich ja, dass das vollkommen okay ist. Ich hätte ja auch nichts anderes gemacht. Ich hätte genau denselben Spruch gemacht. Aber genau denselben. So, Erde. Weil jetzt wird wieder der innere Monk getriggert. Moment. So. Jetzt ist der wenigstens etwas symmetrischer. Zaun. Moment. Setzen wir den Stück nach hinten. So. Ja, der ist echt ein nerviger. Aber so läuft das. So. Jetzt ist die große Frage, wie baue ich das Ganze? Das habe ich nicht gemacht hier. Ich habe doch auf das Spiel gedrückt. Warte, ich mache das auf. Im Laden öffnen. So. Ja, ich wollte mit dem Rand anfangen, genau. Beziehungsweise ich wollte die Grundstruktur der Gebäude schon hinsetzen, damit ich weiß, wie groß ich die Mauern machen muss, ne? Oder setze ich erst die Mauern rein und darin die Gebäude? Die Frage ist, was ist sinnvoller? Ja, genau. Ich wollte, also als Beispiel, wollte ich das so machen, wenn hier die Mauern kommen, wollte ich die so markieren. Dann wollte ich so zeigen, so kommen die Mauern hier lang und das dann später hoch. Die Frage ist jetzt, baue ich erst die Mauern rundherum und schaue dann, wie groß das ist und baue da drinnen dann die Häuser rein, also die Gebäude rein, die ich haben will. Oder baue ich jetzt erst die einzelnen Räume hin und ziehe dann die Mauer drumherum, falls ich das eventuell erweitern könnte, dann theoretisch. Ja, von außen nach innen klingt schon gut, ne? Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ich ziehe einfach mal einmal den kompletten Rand. Um runterzufallen. Oh, habe ich ein Schwein gehabt, dass ich nicht in das Loch gefallen bin. Oh, habe ich ein Schwein gehabt. Das kommt drauf, wenn man beim Arbeiten rückwärts läuft. Genau, dann weiß ich auch, wie viel Platz ich für was habe. Das stimmt, das ist schon sinnvoller, das so zu machen. Dann weiß ich auch ungefähr, wie groß die Mauern sind. Die Grundfläche. Ich kann dir ganz viele anbieten, anfackeln. Ja, ich bin mit in der Pumpe. Hattest du deinen Scheiß behalten? Ja. Ah, das ist super. Ich hätte eine Sache drinnen gelassen, um zu testen. Ah, das ist doch super. So, Moni-Duff ist begrüßt. Stopp, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das tut mir einfach mal auf. Alles gut? Okay. Ja, ich habe mir Brot gemacht. Ich habe auch noch gegessen. Damit dann irgendwann eingefallen ist, dass ich noch kein Abendbrot gegessen habe. Also muss ich hier echt aufpassen auf dieser Baustelle. Hier sind einige Stöper fallen. Oh, ich bin schon wieder ver... Da hätte ich mich, glaube ich, umgebracht, wenn ich da runtergefallen wäre. Ich habe keinen Stein mehr. Ich kann die Mauern nicht mehr zu Ende ziehen. Egal. Dann gucken wir doch mal, wie das schöne Haus... Oh, ich habe... Ich habe das Pferd... Ja, das Pferd macht sich hier zufrieden. Aber kappen wir jetzt nicht auf meinen Boden, ja? Gucken wir uns doch mal, wie das hier vorangeschritten ist. Das sieht doch schön aus. Uh. Dürfte ich mir wohl etwas Zuckerrohr klauen? Motto. Ich will ja auch ein bisschen was davon anpflanzen. Ich nehme mal sechs Stück mit. Das reicht dann. So, dann gucken wir doch mal. Hattest du... Bei meinem letzten Besuch hattest du auch noch keinen zweiten Stock, ne? Ne, jetzt bin ich fertig mit dem Haus. Ja. Also von der Fläche hinfällt. Voll Klassiker macht das Haus. Das wird geschrieben. Oh, das ist auch mit den Blümchen. Ist ja toll. Oh, das ist ja super. Stimmt, hier hattest du auch nur eine Sitzecke. Das ist ja toll. Wollen wir mal nach oben gehen und hier gucken. Da ist noch nicht wirklich viel. Oh. Also richtig schön, das Doppelbett. Mit den Nachtschränkenkommoden und so. Oh, da geht die Sonne unter. Ich glaube, ich bleibe... Oh, ja gut. Hier kann man natürlich... So jemand wie ich fällt hier natürlich schnell runter. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Oh, ich glaube, hier bleibe ich. Hier übernachte ich heute. Es wird nämlich dunkel und ich habe keine Lust auf Zombies. Du Kack, Hühnchen. Komm ran da. Es ist nur Wasser. Hm. Oder Sumpf. Hier komm her, du Viech. Was machst du da mit dem Huhn? Locken. Hm. Wolltest du schon eine Hühnerfarm anfangen? Ja, klar. Ich lege mich mal einfach hier hin. Ich muss mich gleich nur in mein eigenes Bett wieder zurücklegen, damit ich nicht immer hier starte, wenn ich sterbe. Oh, wir sind beide einstehen. Oh, cool. Super, danke. Ja, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin, ich bin, äh, die... Aus aus meinem Haus. Nein, nein, ich bin... Aua, aua. Hey. Hallo? Ich bin hier Schuldeneintreiber. Komm, kusch dich. Komm, mach dich weg. Schlimm, sowas hier. Ich komm morgen wieder mit dem Gerichtsvollzieher. Mensch, guck mal, das hat sich gereimt. Ist das nicht schön? Was? Dass sich das gereimt hat. Toll, du bist ein Held. Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. So. Schrei doch nicht so. Wenn ich nicht in Luft gejagt werde, dann darf ich schreien. Nein. Dann bist du oben, dann kann man dich nicht hören. Mitten in meinem Getreidefeld bin ich in Luft gejagt. Ja. Das kannst du... Das paust du auch einfach in Getreidefeld. Zum Glück ging das nicht kaputt, weil sonst wäre ich jetzt echt arm. Ja, das ist... Zum Glück habe ich das so eingestellt, erstmal. Erstmal? Das bleibt doch so. Jaja. Was wollte ich denn jetzt machen? Steine wollte ich sammeln. Und Brot essen. Nee, ich muss auch noch was machen. Ich muss tatsächlich was auf meinem Handy machen. Ich bin mal ganz kurz ein bisschen... Leute, da muss ich mal kurz was gucken. Ich bin in AFK. Ich bin in AFK. Ich bin in AFK. Oder eigentlich... Ich muss mich abmelden. Naja. Wie willst du mich abmelden? Abmelden? Was? Nein, das nicht. Ich bin da was am gucken hier. Hm. Ja. Huhu lurking und so. Ja, auf jeden Fall. Hast du, magst du gleich im Hintergrund eben? Was? Magst du auch im Hintergrund das mal? Ja, mach ich gleich. Ja, ich stresse dich aber nicht. Ich werde da noch Mülleres haben. Ich weiß. So, ich wollte Steine sammeln. Ja. Ich mach mal Shoutout. Ja, okay, mach doch mal. Cool. Hm. So. Ich mach dir doch was zu essen eben. Jetzt. Ja, wir haben Brot da. Ja, Brot. Werde ich nicht sagen. Wo ist mein Haus? Mit dem Sumpf drauf. Aber nichts, was wir... Wir haben sonst auch nichts. Wir haben nichts im Kühlschrank, ne? Oder so. Guck mal, ich muss ja auch nicht. Ich wollte gar nicht so groß reingucken. Deswegen hab ich mir extra nur Brot gemacht. Und mir meine Müllermilch genommen. Ich stopf die auch. So ein bisschen. Siehst du hier? Ja, Milch. Das stillt aber mein Hunger nicht. Oh, Milch stopft. Doch, Milch stopft. Milch kann stopfen. Eine ganze Menge. Aber keine Leuchung. Ähm, apropos Milch. Ich hab rausgefunden, wie ich den D-Buff wegkriege. Ich muss Milch trinken. Das zumindest sagt Dr. Google. Alter, bis hierhin geht deine verkackte Burg? Ja. Alter, du bist so ein Arsch. Wieso? Ich hab gesagt, ich nehm das Plateau oben. Ja, das Plateau. Aber doch, in die andere Richtung hab ich doch gedacht. In die andere Richtung gibt's kein Plateau. Toll, was soll ich jetzt hier bauen? Warte, ich komm mal eben her. Auf der einen Seite hab ich Sumpf drauf, auf der anderen Seite hab ich... Ja, Moment, Moment. Ich komm mal eben her, dann können wir nochmal das Bebauungsrecht besprechen. Oh, das reißt gleich dein Ding da ab. Also, ich reiß dir gleich alles andere ab hier. Das ist mir doch egal. Dann geh ich. So, wandere ich aus. Von wegen, so. Also. Wo bist du denn? Da. Ich hab dich gesehen. Jetzt renn ich von mir weg. Wir wollen Bebauungsrecht besprechen. Da, guck mal. Da ist doch noch eine ganze Menge Platz. Dann kannst du eine Menge Platz. Also, weißt du, was ich alles bauen will? Ich kenn dich. Und hier hinter der Burg ist auch noch eine Menge Platz. Und. Ich dachte immer, du bist nicht so uberirdisch unterwegs. Fresse da unten. Ich muss nur kurz sagen, was ist das denn gewesen? Der Chat sagt, du sollst bleiben. Was? Der Chat sagt, du sollst bleiben. Du darfst nicht gehen. Wo soll ich bleiben? Ja, ich will ja auch bleiben. Aber ich wandte aus. Ich gehe irgendwo anders. Ich gehe hinter den Sumpf oder so. Nein, du bleibst immer da näher. Das ist ja Weg zum Gucken soweit. Ist mir egal. Du musst da halt liegen. Außerdem stehst du so nicht in dem Schutze der Burg, die ich hier baue. Nein, ich brauche keinen Schluss. Ich bin keine Pussy. Mhm. Ich ziehe da gar nicht eine Mauer runter. Ich muss jetzt mal einen Schlussstrich ziehen hier. Meine Seite, deine Seite? Ja. Da kommt die Mauer wieder hin. Okay, ich hatte den Schlussstrich dann woanders gezogen, aber ich hätte dir schon mehr zugestanden. Wo ist denn deine verkackte Burg? Da. Da. Ja, ich musste erst, ich musste ja, das ganze Ding muss ich abtragen. Weißt du, wie lange das dauert? So, bis hier kannst du gerne alles haben. Da, wo das Loch ist. Ja, ist okay. Erstmal muss ich, ich muss das erstmal alles abtragen. Da hab ich gar keine Böcke drauf. Das ist halt Terraforming. Ja, das ist voll kacke. Du meinst, was ich gestern den ganzen Abend gemacht hab? Ich hab doch keine, ich hab doch kein Eisen und kein Nix hier, ey. Achso, wenn's danach geht aus, wenn ich Eisen finde, kannst du Eisen haben. Also für Schaufeln kann ich dir Eisen geben. Ich glaub, ich hab zwei Eisen. Toll. Ja, ich baue freiwillig mit Steinen alles ab, damit du dein Eisen kriegst. Naja, lass mal. Die Almosen bin ich nicht angewiesen. Das sind keine Almosen. Sondern? Das ist liebevoll gemeintes, äh, nicht liebevoll gemeinte Zuwendung. Ja, ja, das sagen die großen Bauherren dann immer. Und dann kommen wir mit dem Radlader an und machen alles platt. Und dann kommt die Bank und die Zwangswendung. Ja, genau. Aber das ist eine Truhe, die wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja eine Werkbank bauen, die ich mitnehmen kann. Ach, weißt du was? Warte mal. Weil ich ja zwischendurch auch Steine bauen muss. Extra, zack. Die nehm ich dann mit, die baue ich dann irgendwann irgendwann. Ich muss mal goggeln. Was will denn der Onkel goggel von dir? Warte mal, ich muss noch zwei Truhen mitnehmen. Schwarzpulver und roter Sand. Achso, oder Sand. Schwarzpulver. Ich brauche Schwarzpulver. Hast du Schwarzpulver? Nein. Wie geht Schwarzpulver? Das sieht doch nicht. Das siehst du. Wofür brauchst du das denn? Dynamit? Ach, bei Kies. Ja, ich spreng mir die Scheiße jetzt weg. Okay. Ich brauche Kies. In Kies habe ich eine ganze Menge. Nein. In den Kiesvorkommen ist, kann Schwarzpulver sein. Achso. Dauert nicht so lange. Wahrscheinlich dauert das Sammeln nach Schwarzpulver länger, als ich das abgetragen hätte. Aber das ist mir egal. Es geht ums Prinzip. Ich will es ummachen. Was wollte ich denn jetzt? Ja, Bruchstein. Ich habe noch 64 Fackeln für dich. 35. Da kannst du die Kohle aus meiner Kasten nehmen. Aus meinem Kasten. Da ist noch 35 Kohle drin. Ich brauche hier Treppen. Ich muss erst Treppen bauen. Ich muss nicht so ein Stein. Mal gucken, reichen die neun jetzt, um meine Linie hier weiterzubauen? Ich glaube nicht. Die neun Steine sind nicht ausreichend. Aber bei weitem nicht. So, ich habe nicht mehr genug Stein. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Jetzt gehe ich hier runter. Weil hier ist es ja egal, ob es Nacht oder Tag ist. So. Und baue jetzt weiter Steine ab. Für die Burg. Für Stoningen. Mal gucken, wie lange wir für dieses Projekt brauchen. Bis die Burg fertig ist. Ewiglich. Ewiglich. Mensch, das ist zumindest contentfördernd. Aber erst mal möchte ich tatsächlich gucken, dass ich auch wieder Eisen finde. Ach, bis es Omen hat nur noch ein paar Minuten und dann ist es abgeklungen. 21 Minuten noch. Sehr schön. Kann ich wieder Dörfer betreten. Wir haben zwar noch kein einziges gefunden. Aber dann können wir es wieder betreten. Darf ich mir 35 Kohle nehmen? Ja, darfst du. Habe ich doch gerade gesagt. Also ganz ehrlich. Hier gebe ich mein letztes Hemd. Das habe ich sogar getan. Ich habe dir doch meine ganze Eisenrüstung gegeben. Obwohl ich nicht mal Eisen hatte, mir eine neue zu machen. Ich baue mir jetzt hier eine Treppe in deinem. In mein Bergwerk? Nein. In deinem Hügel hier. Ja, ist okay. Ich habe keinen Bock da aber. Zu hüpfen? Ja. Stimmt, ich muss mir auch noch Treppen bauen. Dann will du so eine Ecke da. Das ist aber ganz schön riesig, ne? Was ist riesig? Das ist ja echt was vorgenommen, ey. Ja, das sind doch nur die Außenmauern. Das wird ja nicht komplett beräumt denn da drin. Da sind ja auch Freiflächen in der Burg dann. Das musst du, so musst du das sehen. Ja, ja, natürlich. Trotzdem. Ja. Ich tappe jetzt immer so zwischendurch mal raus. Und gucke mal, ob die Informationen in der App mit dem Chat übereinstimmen. Aber bis jetzt sieht das alles gut aus. Bis jetzt sieht das aus, als ob ich auch alle Nachrichten bekommen hätte, die auch geschrieben wurden. Ich finde das immer nur schrecklich, dass mir diese Anzeige, wie viele Zuschauer ich habe, immer nie richtig stimmt. Ich habe immer irgendwie mehr, da sind immer mehr, als da drinne steht. Das ist echt nervig. Weil laut Chat-System sind vier Leute in meinem Chat, aber ähnlich angezeigt wird mir nur ein Zuschauer auf der App. Und das ist natürlich nicht so schön. Also dadurch kann ich nie sicher sein, ob ich wirklich das habe, was ich habe. Das kann natürlich auch sein. Obwohl, ähm, äh, Versporn hat ja auch geschrieben. Und er wurde mir auch nicht angezeigt. Ich verstehe es halt noch nicht ganz. Oder es liegt daran, ähm, weil die Leute vielleicht den Stream nicht offen haben im Vordergrund, weil die, ähm, ein anderes Fenster drüber liegen haben. Und er mir nur anzeigt, das könnte es natürlich sein, dass er mir nur die Leute anzeigt, die den Tab im Vordergrund haben. Als aktive Zuschauer. Hm? Das glaube ich auch, dass das sein kann. Und sogar sehr gut kann das sein. Hm, 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 hm. Ich gehe mal auf meinen Kanal. Ja. Und zeigt halt auch nur einen aktiven Zuschauer, obwohl hier ein bisschen mehr los ist. Da ist das dann. So. Machen wir hier weiter. Äh, ich muss noch ein bisschen weiter runter. Ich habe noch kein Eisen gefunden. Meine andere Müller-Milch ist weg. Welche hattest du denn? Oh, ich habe noch nicht. Oh, habe ich die versehentlich genommen? Nein, alles gut. Das ist eine gewesen. Die hatte ich in der Ohrengetasche noch. Die habe ich mir mal gekauft. Hatte die aber nicht getrunken. Und habe sie heute früh gestellt. Ach so. Ja, alles gut. Nein, ich habe noch meine. Weil ich nur eine hatte. Ich hatte nur eine getrunken. Aber ich habe doch für jeden zwei gekauft. Ich habe jetzt meine zweite. Ja, ich hatte bisher nur eine getrunken. Weil nicht, da hat sich eine von den Kindern eine zu viel genommen. Oh, warte mal. Ich habe kein... Siehst du auch irgendwann ins Bett, oder? Ach so. Ja, ist okay. Warte, Moment. Ja, ähm. Ich vergesse die Zeit hier unten im Keller. Das ist halt das. Ich habe nicht gesehen, dass ich, äh... Bau dir eine Uhr, dann weißt du, wann Tag und Nacht ist. Ah, ist ja gut. Ich mache nur noch eben die Reihe hier zu Ende. So, die Werkbank lasse ich da unten stehen. Gehe ich jetzt hier hoch, gehe ich jetzt ins Bett. Oh, das ist ja dunkel draußen. Mensch, aber es wird auch Zeit, dass ich mal schlafe. Oh, ich bin ja so müde. Aber wie gut, dass ich ins Bett komme. Ich habe übrigens die, ähm, Vermutung geäußert, warum ich nur einen Zuschauer angezeigt bekomme. Ja, ich habe es schon gelesen. Weil halt wahrscheinlich nur einer halt aktiv ist, ne? Ah, zwei Truhen. Die packe ich da erst mal rein. Oh, sehr schön. Treppen. Ach, das ist Antisit. Antisit will ich ja nicht. Ach, sehr schön. Dann wird von hier aus... ...geht dann das rüber in die... ...ah, das wäre toll. ...das Bauen dahin wird nur schwierig. Ich weiß ja noch nicht, wie hoch die Mauer wird. Also, ich muss mal gucken. Das ist jetzt erst mal nur zum Testen, wie hoch die Mauer werden kann. Oh. Oh, das gibt's auch. Oh. Von der letzte. Von wem? Von Wicke. Warum? Weiß ich nicht. Warum weißt du das nicht? So, ähm, das wäre die Mauer von... ...wenn die, wenn die, wenn die... ...wenn das einstöckig wäre. So, ich werde es aber höher machen. Ich würde es ja mindestens zweistöckig machen. Das heißt, das, die Mauer muss... ...ah... ...ah... ...aber hier von der Mauer aus wird das ja weitergehen. Da wird der... ...so. So, so werde ich das... ...das rüber bauen. Und, äh, ja, ich bin... ...ich fall hier runter. Da muss ich dann echt aufpassen, dass ich, wenn ich das da rüber baue... ...darf es aber auch nicht zu hoch gehen. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Zinnen... ...das darf nicht zu hoch werden. Dann sieht man halt den Rest dahinter nicht mehr. Ja, das lasse ich erstmal so als... ...als... ...Hilfe stehen. Und jetzt hole ich Steine. Ich muss ja noch Steine holen. Aber den anderen Sieg lasse ich hier. Und die Steine kann ich auch hier lassen. Und dann gehen wir... ...Tür zu. Schön die Tür zu machen, wenn man geht. Und dann gehen wir wieder Steine holen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Schön runter ins Bergwerk. Damit man noch schön viel Abwechslung hier sieht. Wir haben helle Steine. Wir haben dunkle Steine. Ab und zu kommt mal ein roter Stein. So... Da ist wieder ganz dunkle Steine. Schattige Steine. Lose Steine, die jetzt rumliegen. So... Schattige Steine machen wir jetzt in. Nicht-schattige Steine. Du hast es so gewollt. Ja. Ich hab damit auch kein Problem. Irgendwann muss ich ja auch mal was anderes finden. So, Follow-off-Ära. Ja, vielen Dank, Rein theoretisch. Dankeschön. Ich bin meinem Ziel ja von fast nah. Ähm... Dann hab ich 45 jetzt zusammen. Das ist super. Da fehlen mir ja nur noch 5. Ich komm meinem Ziel so langsam näher. Aber ganz herzlichen Dank. Ja, 45 Follower dann. Weil ich hatte... Genau, ich hab jetzt 45 Follower. Und... Warte kurz. Ja, klar. Oh, 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 oh. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier ist eine kleine Höhle. Hier ist eine Höhle. Ich bin Höhlenforscher. Äh... Wow. Oh, hier ist... Hier ist nicht nur eine Höhle. Ohne Scheiß. Hier ist... Hier ist was. Hier ist ein Schienensystem. Hab ich auch schon entdeckt. Ähm... Achso. Ich bin bei dir rausgekommen. Dann. Äh... Ja. Mensch, hab ich mich... Das ist genau das, was ich meinte. Wenn man sich irgendwie durch das Erdloch gräbt, früher oder später landet man bei Moony. Hast du das mal nicht kaputt gemacht? Nein, ich komm von der anderen Seite. Aber ich nehm mal das Eisen mit, was hier liegt. Was du schmäh... Was du schmählich ignoriert hast. Ich war da noch gar nicht drinnen. Ich hab gerade mal erstmal die Treppen gemacht. Ach, jetzt gerade? Dann behalt die linke Seite. Nein, 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 nein. Dann geh ich... Nein, dann geh ich hier wieder raus. Stopp. Nein, nein. Dann geh ich zur anderen Seite. Nein, ich geh hier raus. Dann geh ich zur anderen Seite. Nein, das ist deins. Na, dann geh ich zur anderen Seite. Ich hab ja zwei Seiten hier. So, Nummer 46. Was? Ah, cool. Dankeschön. Danke, 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 danke. Nein, ist das wirklich okay? Nein, ich kann auch woanders hingehen. Ist doch nicht so giftig. Wenn du die Höhle für dich beansprucht hast. Ja, ist ja gut. Muss ja nicht alles erwähnen. Äh, ist das unten? Da geht's ja tief runter. Ne, danke. Das ist hier. Kohle. Da ist Kohle. Okay. Wir machen mal. Wir erforschen das hier mal. Kein Ding ist mein Hauptaccount jetzt. Ah, super. Super, vielen Dank. Doch, für mich ist das schon, schon, schon viel, wenn, wenn das jemand macht. Das muss man ja auch wertschätzen. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Und wenn man dann so wie ich jetzt quasi auf, auf jeden gerade angewiesen ist. Äh, jetzt hänge ich hier an den Spinnnetzen fest. Super. Oh. Ich habe auch erst September Affiliate bekommen. Ja, dann weißt du ja ganz genau, wo ich gerade drinne stecke. Ne, dann weißt du ja ganz genau, was ich meine. Das größte Problem für mich ist tatsächlich, äh, aktuell eher so auch noch die, die, ähm, ähm, durchschnittlichen Zuschauer, weil ich halt immer zu, so unmöglichen Zeiten streamen kann, nur. The struggle is real. Ja, das ist so. Äh, man hängt sich dann immer von der einen Seite zum anderen hin. Ähm, ähm, ich glaube aber in dieser Höhle will ich gar nicht großartig weitermachen. Hier seien hier zu viele Monster rum und das ist, da unten ist ganz viel Boden, wo man hinfallen kann. Ach, es ist auf der anderen Seite noch Eisen, den ich übersehen habe. Zobst du Kusatikin 3? Ne, das zocke ich tatsächlich nicht. Ähm, so viel zocke ich, was sowas angeht, gar nicht. Ähm, eigentlich mache ich hauptsächlich ein bisschen Pen-on-Paper-Kram. Mal ganz gerne so ein paar Miniaturen auf, 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 auf Twitch dann abzu mal an. Ähm, spiel, wenn, meistens Among Us oder, ähm, Magic Arena. Ups. Achso, ach, ich krieg so viel, ach, was meinst du? Ja, da, da hadere ich ein bisschen mit mir, weil ich ungern Spiele spiele, nur um Viewer zu generieren. Und das aber gar nicht meine dann sind, wenn man versteht, was ich meine. Ich hab immer noch so dieses, dieses Ding, dass ich eigentlich ganz gerne, ähm, halt real sein will, wie man so schön sagt, ne? Zwischen 9, ja, guck mal, zwischen 9 und 14 Uhr kann ich überhaupt gar nicht streamen. Das geht wegen meinen Kindern nicht. Überhaupt nicht. Da hab ich gar keine Zeit für. Dann bin ich jetzt derzeit meistens auch am Arbeiten. Ja, also ich kann halt meist, leider nur immer so ab, ab 20, 21 Uhr. Ja, wenn du es nice findest, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Dann ist das ja auch real halt, ne? Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich kann nicht ein Spiel anfangen zu zocken, äh, nur weil es Zuschauer generiert. Und dann ist, bin ich, bin ich das nicht. Aber schiesst du, ich will ja auch irgendwo, äh, meine Authentizität nicht verlieren. Das funktioniert sonst nicht. Weil dann wäre ich einer von x Millionen, äh, Klonen, die hier rumrennen. Ähm. Oh, er hängt im Spinnnetz fest. Und ich will ja auch kein Klon sein. Das ist halt der Punkt. Ich will ja einfach mein Ding durchziehen. Und entweder das gefällt jemandem oder das gefällt jemandem nicht. Und das ist der Punkt. Ja, siehst du, ich kann, wie gesagt, ich kann nur abends gegen Frauen ein Kind, weil, äh, die Kind, weil, weil Frau zockt selber. Sie ist ja jetzt auch mit dabei. Ne? Ähm. Wenn sie, ah, nein, ich bin vergiftet. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich hab so viel, ich hab so viel Scheiß mit. Nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg, 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 geh weg. Nein. Ich will nicht sterben. Scheiße, ich hab mich hier reingefressen in der Ecke. Ähm. Ach, das hat einen Cooldown. Ach ja, scheiße, stimmt. Äh, ich muss mich... Das hat halt, äh, als ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, hat das noch funktioniert. Da konnte man das. Da konnte man das spammen. Ist aber auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich hab's jetzt angef... Ne? Aber wie gesagt, meine Frau ist halt auch dabei. Ja, genau, genau. Hm. Ja, wie gesagt, meine Frau ist halt selber auch am Spielen. Oder wenn ihr Rechner besser wäre, würde sie selber auch streamen. Und deswegen sitzen wir abends halt nebeneinander und spielen. Deswegen geht das voll klar mit meiner Frau. Ähm, dass man hier streamt abends. Aber dass man mit den Kindern geht das halt nicht. Weil ich hab immer gesagt, wenn die Kinder was sind, stream ich nicht. Weil, ähm, dann kümmere ich mich um meine Kinder. Singleplayer Realms oder Server? Ne, Singleplayer im Laden geöffnet, tatsächlich. Weil wir ganz entspannt spielen wollten hier. So nur unter uns. Erstmal. Das war eigentlich auch so ne spontane Idee, dass wir das angefangen hatten. Äh, da war auch gar kein Plan hinter. Aber jetzt haben wir aber hier schon so ein bisschen was angefangen an Projekte zu bauen. Und, äh, die will man jetzt auch nicht vernachlässigen. Ähm, jetzt muss ich aber erstmal nur den Weg wieder rausfinden hier. Wie im Quadranten würde man reinkommen? Äh, mit dem rein theoretisch. Achso, äh, ich kann ja jetzt nicht in den Wegspoteln schassen. Ups, ich muss raus. Ich schaue auf und zu mal rein. Ja, das würde mich freuen. Ähm, und vielen Dank für deinen Support. Äh, ähm. Ähm, ich wünsche dir noch viel Spaß. Grüße von Purschner, by the way. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass du von ihm kommst. Weil ich hab, äh, deinen Namen bei ihm auch im Chat schon ein paar Mal gelesen. Ne? Auf jeden Fall, vielen Dank. Auf jeden Fall für deinen Support. Und, äh, hau rein. Jawohl, ja. Sogar zwei Stück. Oh, hier geht's tief runter. Da mache ich mal lieber die Lücke zu. Da unten sehe ich rot leuchten die Augen. Und wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Das sehe ich jetzt schon. Oh ja, da geht's ganz tief runter. Ja, da muss ich mir später bauen. Oh, hier ist Wasser. Hier war ich ja auch noch nicht. So. Dann muss ich das Wasser zumachen hier. So. Sehr schön. Aber ich habe immer noch kein... Das ist so großartig Eisen gefunden. Neun Stück habe ich. Das reicht mir eigentlich nicht. Und hier runter bauen will ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, weil... Ah, hier geht's wieder raus. Weil mir die Gefahr zu groß ist, dass ich irgendein Loch treffe. Warum gehe ich dann lang? Erstmal bricht das Eisen weg. Nicht, dass ich jetzt doch noch sterbe. Und ich das ganze Zeug verliere. Ich bin ein bisschen... Ein bisschen gierig. Neun Eisen ist zwar nicht unbedingt so viel, aber für mich ist das gerade eine ganze Menge. Und ich habe ein bisschen Stein. Das gefällt mir. Neun Eisen hast du 23 gefunden. Und ich habe Schwarzpulver. Sehr schön. Wolltest du mir jetzt was damit sagen, dass du 23 gefunden hast? Ich wollte dir nur sagen, dass ich 23 gefunden habe. Was man hat, das hat man. Ja, genau. Was man hat, das hat man. Das ist richtig. Ich habe einen Eisen nur als Schwarzpulver. Wollten wir das nicht eigentlich andersrum? Wolltest du nicht Schwarzpulver finden? Ich mache das jetzt ganz anders. Ich gehe jetzt hier mal runter. Dann nehme ich eine andere Richtung. Das große Loch, das gucke ich mir später irgendwann nochmal an. Hauptsächlich will ich hier Steine abbauen. Jetzt muss ich mir auch irgendwo noch ein anderes Loch mal suchen. Was ja nicht so tief und dunkel ist. Aber das hat man ja gerade gesehen. Also da, wo wir gerade reingeguckt haben, da hat ja die ganze Seite nach mir reingepasst. Du hast auch immer Miene am Tügel, ne? Nicht mehr. Ich baue mir eine neue Miene. Eigentlich bist du in der Nähe vom Bett, meine ich. Ja. Das ist gut, dann... Möchtest du, dass ich ins Bett gehe? Okay. Fred, komm, du, Bett. Nanananana, nanananana. Die 90er waren nicht ganz so scheiße. Aber vieles. Ganz so lange können wir heute auch nicht mehr machen. Ja, ja. Ehe, ich muss morgen früh wieder arbeiten. Obwohl man das heutzutage auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren muss. Bei so vielen Leuten, die nicht arbeiten dürfen, ist das ja schon fast ein Privileg, arbeiten zu gönnen. Also du hast ja keine Arbeit und du sitzt da rum und schaukelst dir die Eier. Ich schaukele mir nicht die Eier, ich lerne extrem hart für einen Beruf, den ich schon kann. Super. Super. Also ja, ich schlafe ganz viel. Siehst du. Ich bin dann immer wach, wenn es darum heißt, von wegen welchen Fragen im Test kommen. Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Obwohl, morgen ist Bewegungsförderung dran. Für zwei Tage. Das könnte wieder interessant werden. Eisen! Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, ich bin Eisenman. Eisenmann. Eisenmann. Ich komme an das Eisen dran. Ich bin der Eisenmann. Ich bin Eisenmann. Das Telefon klingelt. Vielleicht noch mal wählt. Ja, ich bin schneller. Ah, nee, ich bin im Keller. Oder ich bin schneller. Ich bin der Telefonmann. Ja, ja, ich geh an das Telefon ran. Ah. Und noch mehr Eisen. Sehr schön. Gibt's mir Eisenhardt. Marmor, Stein und Eisen bricht, wenn es meine Reime hört. Denn davon ist noch jedes Kind am Ende total verstört. Okay, er hat seine fünf Minuten. Oh, du hättest das mal gestern noch hören müssen, als du weg warst. Da habe ich wirklich meine fünf Minuten gehabt. 25. Da hatte ich meine fünf Minuten dreimal in einer Viertelstunde. Oh, wir haben Abwechslung. Wir haben Erde. Guck mal, wie viel Erde wir hier haben. Es hat sich einfach angeboten. Das hatte jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, aber es hatte sich angeboten. Und dass ich die dann hatte, die fünf Minuten, wenn du weg bist. Aber du kannst ja jederzeit bei mir das letzte Video dir ja noch wieder angucken. Und kannst dir ja dann die Minuten, die du verpasst hast, gerne nochmal geben. Dann siehst du auch, was du halt verpasst hast. Und ich habe schon wieder eine... Ich habe eine Lücke gefunden. Ich habe einen See gefunden. Boah, ich habe überhaupt mehr in die Brötze. Wieso? Bin ich schon wieder bei dir rausgekommen? Nein, Erde abbauen ist ja okay, aber die Steine. Ich habe einen unterirdischen See. Ja, mach das auf jeden Fall. Es lohnt sich. Also, ist meine Meinung. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich warne dich, es wird extrem schlechte Reime geben. Schon mal vorgewarnt. Soll nachher keiner sagen, ich hätte nichts gesagt. Anschauen auf eigene Gefahr. Ja, ich habe einen unterirdischen See. Hier mache ich mir jetzt über sowas von einen Wellnesspark raus. Dann kommen hier so die heißen Quellen. Ein paar Margaritas. Und dann lassen wir mal herkommen, die Swinger. Dann wird der See aber ganz schnell nicht mehr so klar sein. Diese Eisen schaufeln, die halten ja nichts aus. Ja, die schaufeln halten generell nichts aus. So, in welche Richtung grabe ich denn jetzt weiter? So, erstmal nehme ich die Kohle hier noch mit. Ich habe aber auch ein Glück mit Sachen, die ich hier finden kann, ne? Das ist halt einfach ein bisschen spielerische Abwechslung. So. So, schön. Alles abbauen hier. Ist da eine Bewegung hinter uns, oder? Ja. Ich hoffe nicht. Das hört sich nämlich so an. So. Jetzt habe ich hier so ein kleines Oberlicht eingebaut, ne? Also mit den, mit der ganz niedrigen Decke sieht das schon geil aus. Hat so ein bisschen was von so einem, von so einem, von so einem, ja von so einem Spa, genau. Von so einem Spa in so einer naturbelassenen, äh, Esoterik-Höhle. Naturgrotte. Genau, die Naturgrotte. Danke, das Wort ist mir entfallen. Das ist blau in der Ruhe. Eine feuchte Naturgrotte und dann das hier so ein schönes Oberlicht und ein bisschen, äh, muss ich wieder, mach ich wieder, weiß was, das mach ich wieder dicht. Einfach, damit man hier diese Obergrotte hat. Einfach, ob ich das schön finde jetzt. Aber, wenn ich nicht vor's Gesicht setzen. So. Sieht doch schön aus. Ja, doch. Doch, das gefällt mir. Jetzt werde ich hier noch eben weg. So, doch, da sieht doch schön aus. So, schön. Ja, ne, das ist doch. Und hier mach ich ne. Hier gehen wir weiter. Den Gang. Schön. Schön mit dem, mit dem Kies, was wir hier haben. Schön weiter bauen. Ein bisschen Licht mit rein, oh man. So. Äh, ich muss aber hier einen Stein, so, damit wir da runterlaufen können. Und nicht uns daran kaputt laufen. So. Jetzt wird's hier ein bisschen enger. Manchen Leuten gefällt das ja auch. Brauch ich mir da gleich ne Tür noch oben rein. Na, hier kommt da eine Tür rein. An unserem Spa. Oh, und ich hab Eisen. Noch hier ein bisschen Licht. Eisen, Eisen, Eisen. Toll, waren nur zwei Stück. Aber ich hab insgesamt elf wieder gefunden. Und ich höre, ich höre schon wieder was Böses. Aber hier ist Eisen. So. Ich glaub ich mach das wieder ein bisschen offener. Das ist so eng. Jetzt kann man sich ja kaum bewegen. Ja. Trompetenkäfer. Ich hasse es. Das sagst du immer, wenn wir was spielen. Ja, ich weiß. Und dann machst du es trotzdem. Natürlich mach ich das. Weil angefangen, Kacke sieht doof aus. Ja. Wie oft hast du in Spielen schon gesagt, von wegen, ich merk nicht mehr, das Spiel ist Kacke, es ist voll scheiße, ich hab keine Lust mehr. Und am Ende stehen da 300 Stunden Spielzeit. Ja, komisch. Wo kommen die denn her? War das nicht. Wir haben aber Inga schon angefixt. Die ist echt schon überlegen, ob sie sich das Spiel kauft. Nein! Was hast du? Da unten ist Eisen und genau jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Keine zweite mit? Nein, es war schon meine zweite. Achso. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgeladen, schon wieder eine Spitzhacke machen und dann wieder runter, weil das Eisen lasse ich da nicht liegen. Das vergesse ich doch wieder. Wenn ich das nächste Mal hier wieder ansetze, habe ich vergessen, dass da unten Eisen ist. Ich kenne mich doch. Ich bin doch blöd. Äh, 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 da Bruchstein. Da habe ich doch in der Tasche ganz viel. Warum hole ich das aus meiner Kiste raus? Da habe ich einen Block, da habe ich einen Block, da habe ich einen Block. Das Problem ist, ich muss sowieso erst alles platt machen hier, weil ich sowieso nicht weitermachen kann, ich vom Redstone. Weil? Weil ich hier weiter bauen muss. Okay. So, erstmal da alles rein, so. Äh, ich brauche die Kohle. So, ein Eisen da rein. Und da kommt der Rest rein. Und jetzt brennt. Kohle brennt. Ja, das könnte ich auch sein. Meckern und trotzdem spielen. Ja. Meckern nicht. Wir halten also fest. Konstruktive Kritik. Woran auch immer. Mach ich das so? Ne, ich mach eine Eisenspitzhacke, falls ich was Besseres finde, was abgebaut werden muss. Und ich mach jetzt tatsächlich mal meine Rüstung. Wieder. Die mir ja weggenommen wurde. Welche Rüstung? Ich weiß gar nicht, wie ich finde, wie das. Eisenharnisch. Und das hat genau für ein Eisenharnisch gereicht. Und zack, das kommt wieder über meinen tollen Anzug. So, meine Spitzhacke hat mir gesagt, ich muss das ins Bett. Ja gut. Ne, warte. Nein, nein. Ich hole jetzt erst das Eisenstück. Das vergesse ich. Ich vergesse, dass da unten Eisen ist. Ich weiß das. Ich kenne mich. Affenarsch, ey. Ich bin kein Affenarsch. Brauchst du noch Erde? Ich hab ganz viel Erde. Ich meine, meiner ist haariger als der vom Affen. Ja, ich vergesse das sonst. Und dann hole ich irgendwann das Eisen da unten weg, wenn ich es nicht mehr brauche. Und dann fühlt sich das vernachlässigt, weil es hat sich extra gezeigt und hat gesagt, hier, guck mal, hier bin ich, nimm mich mit. Oh, das ist ein Loch. Dann geh ich jetzt in die Mine. Ja, dann geh ich in die Mine. Kann ich ja gar nicht. Ich hab doch gerade eine Spitzhacke mit. Dann solltest du eine Spitzhacke mitnehmen. Guck mal, wie viel Eisen hat. Oh, 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 hier ist ganz viel. Hier ist ja, das ist ja eine, eine, eine lustige Truppe hier. Eine lustige Truppe von ganz viel... Ich hab Zeug. Aua. Ich muss nur mal eben... Also da unten ist, glaub ich, Wasser. Wenn ich das richtig sehe. Oh, hier ist aber nicht ganz viel Eisen. Hier ist ja mega viel Eisen. Oh ja, hier muss ich erst mal bauen. Oh, das ist ja... Nein, 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 ich runterfallen, ich runterfallen, ich runterfallen. Ich brauch dich. Okay, jetzt halt ich dich tief runter. Ich sollte aufhören, so viel nachzuschauen. Nachher find ich noch mehr. Nein, ich... Ja, ich baue jetzt erst mal ab. Jetzt wird erst mal abgebaut. Sonst komm ich hier nie wieder raus. Das ist grad wie, wie so ein Kind im Spielzeugparadies. So, oh, und da hab ich noch was zu spielen. Und hier ist noch was. Ich muss mir mal hinten das Blaue noch angucken, was ich da gesehen hab. Ich will wissen, ob das Wasser ist oder was anderes. So, da hab ich Eisen. Gut. Hab ich mitgenommen. Ah! Wiss ich. Okay, das konnte ich abbauen. So. 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 Geh weg, geh weg, geh weg. Blöde Dreck-Sau. Oh, ich flüttet ja einfach von meiner Fresse, das Arschloch. Oh, ich hab schon Angst gehabt, ich sterb jetzt. Ich hab innerlich schon gesehen, dass ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Oh, hier ist ja da nie eine Menge Eisen. Das ist ja geil. Gut, dass ich ein paar Meerspitzhacken mitgenommen hab. Oh, ich muss noch was essen. Ich will ja auch Leben generieren. Äh, regenerieren. So, hier ist noch Eisen. Und da ist noch Eisen. Und da. Das sind Blumen unter der Erde. Ja, das ist Blumenerde. Boah, hier ist noch viel Eisen. Die wird gekloppt. Hast du auch viel Eisen? Ja, und Gold und Wasser und... Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du dumme Sau. Stirb, 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 st Achso, ne, das ist kein Wasser. Ah, da unten sind ganz viele Arschlöcher. Ich geh. Ich bin weg. Scheiße auf die Kohle. Ähm. Wo muss ich raus? Ach, scheiße, da oben muss ich raus. Ähm. Ich brauch hier mal eben ne Treppe. Oh, da unten ist noch... Das eine Eis muss ich noch mitnehmen. Sammle das ein. So, hoch, hoch, hoch. So, da hoch. Aha. Ja, ne, ist klar. Äh, ja, ne, ist klar. Äh, das, 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 was meinst du mit... Das ist jetzt, ja, ne, ist klar, aber worauf... Jetzt, äh, hilf mir mal bitte. Ich hab jetzt zu spät in den Chat geguckt. Ach. Auf was hast du das jetzt bezogen? Blumenerde. Ach so, ja. Ich hab den Spruch schon total vergessen. So, jetzt muss ich aber gehen, bevor ich... ... den blöden Scheiß da von den Arschlöchern verliere. Oder wegen den... Oh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ein bisschen... ... ein bisschen Eisen hab ich. Guck mal, der hat auch zwölf. Da ist noch einer. Dreizehn. Ah, guck mal, das ist doch schön. Dann kann ich mir jetzt wieder... ... die... ... die... ... nee, das... ... war das nicht. Ach da. Der Eisenhelm. ... die Stiefel. Wie ging denn noch? ... zu wenig... ... die Stiefel. 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 Brauche ich ja wieder, wenn ich... ... zurück in den Dungeon gehe. In den Dungeon. In den Dungeon, genau. Jetzt hab ich keine volle Rüstung. Nein, du sollst nicht... ... du sollst das nicht benutzen. Du sollst essen. Abernten wollte ich. Abernten wollte ich. Und ich muss irgendwo noch Zuckerrohr pflanzen. Ist mir eingefallen. Ich habe nichts, um Zuckerrohr zu pflanzen. Hm. Also ich hab Zuckerrohr, aber ich hab keine... ... keine Stelle dafür gemacht. Wasser mit Opa und Wasser. Ja, ich hab aber hier meinen Garten doch gemacht extra. Hm. Es wäre aber blöd, wenn ich jetzt einfach... ... außerhalb des Gartens was mache. Oder ich muss jetzt hier nach hinten einfach erweitern. Ich muss jetzt einfach hier noch ein Stück runterreißen. Da macht man denn noch einen Banner. Ich weiß nicht. Ach, hab es. Also guck mal so. Ja, ich erweitere den einfach mal um zwei rein. Dann muss ich noch einen Zaun bauen gleich. Das ist ja kein Problem. Dann machen wir noch den Garten größer. Kann man auch nicht so leicht hier rein klettern in den Garten. Jetzt ist doch tatsächlich meine Schaufel kaputt gegangen. Ja, so eine Frechheit ist das. Ja, so eine Frechheit ist das. Ich mach hier noch eine zweite mit. So. Die scheiße eigentlich auch. Ich kann Brot machen. Scheiße, die muss ich ja mitnehmen. Ich bin ja so doof. Und das Zuckerrohr nehme ich auch mit. Das Zuckerrohr. Und da ist noch ein Zaun. So. Da muss ich noch das Zuckerrohr bauen. Ich muss ja den Garten hier noch vergrößern. So. Das ist so eine Frechheit. So. Dann wird das hier mit Wasser voll gemacht. Das hier muss alles weg, weil da muss Erde rein. Damit das optisch viel schöner aussieht. Weil ich kann ja keinen Garten machen, in dem alles voller Stein ist. Also einen Steingarten gibt es. Ja, aber... Nein. Das sieht nicht nett aus. Wir wollen ja hier jetzt keinen Zen-Garten machen. So. So. Hier unten. Das ist okay. Ich hätte den Eimer mitnehmen sollen. Ich bin so blöd. Jetzt habe ich den Eimer vergessen. Wo ist denn mein Eimer? Eimer, 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 Eimer. Wo ist mein... Wo ist mein Eimer? Oder hast du den wieder mitgenommen? Ich habe mir selber einen Eimer gemacht. Ich habe mir selber einen Eimer gemacht. Mein Eimer ist weg. Mach ich mir halt einen neuen Eimer. Einen hattest du mir ja am Anfang nicht mehr bekommen. Hm? Den habe ich ja nicht wieder bekommen. Den hast du mir auch gegeben. Ja, das war mein einziger. Dann sag doch... Du hast doch gerade gesagt, ich habe mir selber einen gemacht. Dann bin ich davon ausgegangen, dass du meinen nicht mehr hast. Ja, dann ist das meiner. Ist egal. Die kannst du behalten. Ich habe mir jetzt einen neuen gemacht. So Frechheit. Ich habe mir selber einen geklaut. Na, jetzt bin ich mir versehentlich. So. Immer aus der Mitte rausnehmen, damit das Wasser stilles Wasser ist. Wir wollen ja hier auch alles pflanzen und pflanzen. Wieso ist hier ein Loch drin, ne? Oder so viel... Fließendes Wasser, stilles Wasser. Fließendes Wasser, stilles Wasser. Fließendes Wasser, stilles Wasser. Sooo. Sieht es doch schon viel besser aus. So. So, ich mache das jetzt hier runter und dann ziehe ich da nämlich noch einen Zaun. Einfach, damit es optisch viel schöner aussieht. Hoffentlich optisch schöner aussieht. So, und wo ist die Erde? Da ist die Erde. So, ich muss hier nochmal eben optisch verschönigen. Monkey Monk, ne? Ihr wisst ja, Bescheid. So, einmal brauche ich nicht mehr. So, sieht das jetzt schön aus mit dem Zaun da an der Seite? Ne, das sieht hässlich aus. Ne, das sieht kacke aus. Das kommt wieder ab. Ja, der ist immer fleißig dabei. Das lassen wir einfach so. Aber damit man hier laufen kann, das sieht schon gut aus. So, dann kann ich nämlich auch hier alles schön gepflanzen. Jetzt kommen wir später auch noch Möhren und so hin, wenn ich mal welche finde. Aber wir wollen ja nicht immer nur Brot essen. Zum Glück gibt es ja hier sowas wie Skorbut nicht. So, und. Ach ja stimmt, hier durfte ich ja nicht, ach hier, scheiße, hier durfte ich ja nicht hacken für, für, für Zuckerrohr. Stimmt, ne, das darfst du gar nicht. Ja, deswegen, das wusste ich ja, ich kann es vergessen, dass du das nicht darfst. Das ist die Erde immer extra. So. Wenn das hier ein bisschen hoch wächst, dann können wir den Rest bepflanzen. Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mache ich hier vielleicht noch einen hin. Damit ich das durchziehen kann. Wenn ich da 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 so ne, das sieht scheiße aus. Das lass ich da muss ich aber hier noch einen hinsetzen und da toll jetzt ist da gar kein Wasser mehr. Ah so 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 jetzt pflanzen wir hier noch ein bisschen so ja ja doch, das sieht gut aus. Das mache ich hier auch noch. So und ey, nicht wo die Fresse. da rein da dann schön alle zwei näher aussehen. Ach, wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann ist die Reihe ja komplett dicht. Obwohl das ist okay. toll, muss ich da wieder Wasser da hinten holen. Ich sehe schon, dass es wieder dunkel wird. Mhm. Nein, meine Hacke ist kaputt. Glaubst du es nicht. So was mal vorkommt. Das muss ich da tatsächlich los. Ich muss eine neue Hacke machen. Und ich mache eine Steinhacke. So, das kommt da rein. Das brauche ich das brauche ich nicht. So, kommt ein paar so, die mache ich da rein. Also die Erde brauche ich nicht. Habe ich genug drinne? Brot noch ein gebratenes Hühnchen. So ach den Eimer kann ich da wieder reinschmeißen. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Ich sage bewusst jetzt Glaube. Wissen kann man ja nie. So. Krönung, Grüße vom Fischbauer und hast einen neuen Follower. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Die mal, äh, entschuldige mal. Dir auch. Ich danke euch. Wunderbest. 48 habe ich jetzt. Mensch, ich komme meinem, ich komme mir ziemlich, ich komme dem ja nah. Ich kann das ja theoretisch sogar schaffen. Nein, vielen, 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 vielen Dank. Auf jeden Fall. Ich habe das leider, ich kriege sowas immer immer sehr spät mit, weil ich tatsächlich Chat und sowas alles bei mir auf dem Tablet hier, äh, weil ich gar nicht so viel Platz habe für irgendwelche möglichen anderen Möglichkeiten. Aber ich bin jetzt gerade mit meiner Getreidefarm recht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann ist das Zuckerrohr unterwegs. Doch, das kann man so lassen. Das sieht gut aus. Da ist die Rückenwand. Das sieht auch gut aus. Wie sieht das eigentlich oben jetzt? Hier oben. Ja, doch, die Grundriss vom, vom, vom Ach, von oben sieht das ja auch mega aus. Aber ja, das ist schön. Aber der Grundriss passt doch. Das sieht doch schön aus. Wenn die Nacht gleich vorbei ist, wenn wir mal bei, ey, bei Moni vorbeischauen. Mal gucken, was sie so schön ist inzwischen gebaut hat. Eisen rausnehmen. Das, der Eisen auch. Total unsortiert ja alles bei mir wieder. Affenarsch. Wer ist denn ein Affenarsch? Meine wieder so Affenärsche. Okay. Weil? Weil die einfach abhauen wollen. Die wollen einfach abhauen. Die Hühnchen und die Blümchen. Ah ja. Wo ist denn? Lass mal trinken. Ja, die Blümchen und die Blümchen. Bist du in der Nähe von deinem Bett? Ja, war der gleiche. Das ist eben ins Häuschen. Ja, mach das. Dann legen wir uns von eben hin, weil ich hab jetzt keine Nacht, keine Lust die Nacht draußen zu verbringen. Ich leg mich mal mit meinem Brot ins Bett. Mach das. Sehr schön. Ein neuer Tag. Beginnt. Ähm. Ich nehm mal ganz viel Bruchstein mit. Baby Zombie. Baby Zombie. Weil ich fang jetzt an, oben die Gebäude anzusetzen. Alter, ich brenne. Ja, dann brennst du halt, ne? Du bist Feuer und Flamme. So. Wo setzt sich eigentlich das Haupttor hin? In welche Richtung geht das raus? Richtung Berg ist hier der Haupteingang? Ja? Ja. Hallo Zombie. Jetzt lache ich noch. Aber wenn wir uns das nächste Mal begegnen, löscht der sich da hinten selbst? Ich glaube, ich mach das Haupttor hier hinten raus. Ach, die stehen im Schatten. Das ist das. Deswegen brennen die nicht. Mh. Aber hier ist der, ne, weil mir hier ist der Brunnen, den ich hinbauen will. Also kann ich, hätte ich hier nicht, hier den Schatten setzen, äh, den Haupteingang setzen. Dann mach ich den schon nach vorne hier. Mh. Das heißt, hier ist der Haupteingang irgendwo. Ich sag einfach mal, ungefähr mittig. Wär gut, ne? So, ich mach mal. Ne, warte mal. Ne, ich glaub, das ist doof. Wenn ich jetzt, das braucht ja viel zu lange. Eigentlich müsste ich Erde nehmen, um das zu markieren. Vier, sechs, acht, zehn. Ich mach mal bei jedem zehnten, mach ich mal einen Block hin. Zwo, vier, sechs, acht, zehn. Zwo, vier, sechs, acht, zehn. Zwo, vier, Zwo, vier, sechs, acht, neun. Also acht. Also achtunddreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Warte mal, zehn. Ich mach mal da. So, das ist zehn von der Seite. Und das ist jetzt zehn von der anderen dann noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun, acht, neun, zehn. Okay, also sind die beiden, wären genau die Mitte. Das ist meine Hühnerruhe, du blöde Spinne. Okay. Das ist gut. Dann sind die beiden nämlich die Mitte. Dann kann ich davon nämlich, so blinkt mein Handy jetzt. Okay. Das ist was anderes. So, wie breit mach ich denn den Eingang? Eins, zwei, das muss ich mal im Rechnen. Im Tor will ich ja schon mindestens sechs Felder breit haben. Eins, zwei, drei. Also bis hierhin soll das Durchgangstor ja schon werden, mindestens. Und dann links und rechts daneben. Also ich sag mal, hier und hier. Das wird so der Eingang schon mal. Den markiere ich mir ja schon mal. So. So. Dann ist der Eingang schon mal markiert. Den weiß ich ja, von woraus ich abbauen, rausbauen kann. Vielleicht ist der auch ein bisschen zu breit. Aber das kommt ja dann weg. Dann kommt hier ein großes Tor rein mit Pfeilgitter und sowas. Das müsste schon passen. Ja, das ist ja nur erstmal nur grob. Das kann ich ja alles später ändern. So, das heißt aber von hier, das ist das Tor. Hier kommt man dann rein. Das öffnet sich dann in den großen Außenbereich. Das heißt, ich mach hier zwei Gänge breit, werden die Außen mauern. Das ist ja noch später der Wehrgang oben. Das heißt, dementsprechend muss ich hier schon mal den Außenbereich so markieren. Das grenzt das Ganze nach innen ja schon mal ein bisschen ab. Dann geht das direkt an den Brunnen. Das mit dem Zaun sieht jetzt kacke aus, aber der Zaun kommt ja wieder weg. Später dann. Der ist ja nur, damit keiner ans Loch fällt. Eins, zwei, zack. Da muss einer hin. Ja, das wird schon ein größeres Projekt. Ich hoffe nur, ich bin... Oh, das wird toll, wenn wir damit fertig sind. Ah, das wird richtig toll. Und ich sehe schon kaum, am Ende sieht es total scheiße aus. Aber es ist egal, wir haben es dann fertiggestellt. Das wäre ja das erste Mal, dass ich diese blöde Burg fertigstellen kann. Und das komplett ohne mir irgendwelche Bauernleitungen oder sonstiges irgendwo zu ziehen, sondern... Vor allem ohne kreativ. Genau, ohne... Das ist ganz wichtig, das war nämlich auch so der Punkt, den ich mir gesetzt habe. Ich möchte das ohne kreativ Modus schaffen. Oh, ne, also im kreativ Modus haben wir ja alle Baumaterialien endlos zur Verfügung. Und können fliegen und haste nicht gesehen, für die, die das nicht wissen. Da muss man sich nicht jeden Rohstoff einzeln ersammeln, sondern hat alles endlos zur Verfügung. Und ich weiß, dass es hier mindestens einen gibt, der das nicht weiß. Ich möchte ja nicht mit einem Finger auf jemanden zeigen. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, ich möchte das schaffen ohne kreativen Modus. Also wo ich mir wirklich jeden Rohstoff einzeln erarbeiten muss. Guck mal, das wird jetzt... Das ist denn der Wehrgang. Da kann man hier so schön lang laufen. Schön hoch. Tipp, 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 tipp. Vielleicht baue ich doch erstmal die kompletten Außenmauern. Zumindest ist die erste Etage. Jetzt, wo ich die hier so bauen, stehen habe. Und hier hinten kommt das Haupthaus dann hin. Genau. Hier mache ich das Haupthaus. Ja, doch, warte mal. Das baue ich ja so außenrum. So, da kommt dann einmal hier so ein Raum hin. Das Haupthaus wird aus mehreren Räumen bestehen. Das ist der erste Raum. Da kommen dann später Türen rein und so natürlich, ne? Das ist ja klar. Da wird natürlich nicht ganz an die Außenmauer gebaut. Dann dann ein größerer Raum. So, dann wird ja auch zwei Stücke mit Empfangs sein. Dann hast du ihn nicht gesehen. Ja. Uah. So. So, das wird, glaube ich, der komplette Außenbereich. So. So, da ist genau. So wird das, das wird das komplette Ding. Dann wird hier, der Raum hier hinten, das wird einfach nur Treppenaufgang. Nachher in den zweiten Stock. Dann ist das hier Haupteingang. Genau. Und dann ist das hier noch ein anderer Raum. So, das ist der erste Bereich, der gebaut wird. So. Das bleibt offen. Hier neben den Brunnen kommt noch ein Gebäude. Dann wird das jetzt so ein bisschen schräg versetzt. Genau. Und da kommt nämlich dann die, 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 die Dienerschaft und so rein. Deswegen wird das jetzt auch gebaut. Das wird auch ein bisschen größer, weil dann auch der Stall oder so kommt noch mit dazu. Egal, das kann doch nicht stehen bleiben. Der eine Block mehr. Das ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Dann kommt hier. Da ist ein kleiner Bereich. Hier ist ein kleiner Bereich für Pferde und so was. Und dann später, da brauche ich auch einen Stall und so rein. Vielleicht mache ich den Schräg, den Schrägbereich wieder weg. Ganz viel Kieskopf. Ja. Und mach dann. So. So. So ein bisschen optisch. Vielleicht sieht das... Oh, so sieht das optisch ein bisschen schöner aus. Ja doch, so sieht das schöner aus. So. Hm. Hier will ich ein bisschen Freifläche haben, damit das nach außen hin auch ganz nett aussieht. Dann soll ich hier natürlich noch ein kleiner Gebäudekomplex hin. Da möchte ich aber ganz gerne auch so ein L-förmiges Ding haben. Weil ich einfach nur ein L-förmiges Gebäude noch haben will. Das war ein L-förmiges Ding. Ach, lecker. Hm. So. Und ich höre Zeug, was mir nicht gefällt. Ja. Das ist doch auch schön. Dann habe ich die drei Gebäude, die hier reinkommen, auch schon platziert. Räume mache ich später. Es geht ja erstmal um den Grundstock an Mauern, was ich brauche. Ein kleines Gebäude. Und da weiß ich noch nicht, was ich reinbaue. Alle reinfollern. Ja. Das finde ich gut. 49. Ja, super. Das gefällt mir doch. Hallo, so viel Dankeschön. Und auch Krypton, danke. Wenn ich das richtig jetzt gezählt habe, müsste das gereicht haben jetzt auch. Das wird mir ja auch alles ein bisschen später angezeigt. Ähm. Ich muss jetzt wieder, ich muss keine Steine haben. Ich brauche ganz viele Steine. Habe ich noch genug Bruchstein? Nein, ich muss gleich, ich muss gleich wieder Bruchstein kloppen gehen. Ich habe keinen Bruchstein. Brauchst noch ein paar Fragezeichen. Ja, ich muss gucken. Also meine, meine, meine App auf dem Handy sagt jetzt gerade. 50 hast du. Ich habe 50? Du hast 50. Oh, das ist super. Dann spielt meine App noch gerade ein bisschen, weil mir wird noch 49 angezeigt auf dem, auf dem Tablet. Aber, ähm, mir wird gerade Party. Sehr schön. Oh, ist das toll. Das ist toll, 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 toll. Danke, 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 danke schön. Morgen Party-Stream. Äh, das geht tatsächlich nicht. Morgen hat meine große Geburtstag. Und, äh, da bin ich leider den ganzen Tag nicht verfügbar. Ähm. Jeder bekommt einen Heiltrag. Oh, ich werde so nett zu der, zu der Pen-and-Paper-Gruppe sein. Auf jeden Fall jetzt. Kannst du dir auch schon mal sowas von drauf einstellen. Also gerade das Heiltränke gibt es auf jeden Fall einen. Aber das, äh, geht natürlich erst dann am sechsten. Ähm, weil dann. Oh, ist das schön. 50, 50, 50, 50, 50. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ist das ein schönes Gefühl. Das hat aber auch lange genug für mich gebraucht. Oh, super. Vielen, 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 vielen Dank, Leute. Das ist, ach, da fühle ich mich richtig gut jetzt gerade. Ah, ist das schön. Ah. Eine wunderschöne Sache. Und ich muss, ich muss Steine kloppen. Jetzt muss ich gerade tatsächlich kleine kloppen gehen, weil ich brauche hier Steine für meine Burg, die ich hier baue. So. Den Grundriss habe ich jetzt komplett gezogen. Also zumindestens so wie die, die Basis. Und ich brauche noch den Stein. Ich muss das alles jetzt erstmal drei oder vier Block hochziehen. Dann überdachen. Und dann muss ich eine zweite Etage bauen. Dann muss ich die Außenmauern hochziehen. Oder ich ziehe erst die Außenmauern hoch. Und schaue dann mal. Aber ich glaube, ich ziehe erst die Mauern hoch. Doch, das ist, glaube ich, am sinnvollsten, dass ich erst die Außenmauer hochziehe jetzt. Aber, was ist denn jetzt so, so, was sagt ihr denn jetzt dazu, so? Na ganz, will ich doch mal die Meinung zu haben. Generell, ich meine aber jetzt auch zu diesem Grundriss, den ich gezogen habe. Also ich bin relativ zufrieden mit dem Grundriss. Vielleicht werde ich das nicht so, vielleicht werde ich wie hier schon, also ich werde die Räume auch ziehen. Vielleicht verändere ich die nochmal. Aber generell bin ich schon zufrieden mit dem Grundriss. Okay. Ja, vielleicht mache ich das mit den Räumen ja auch alles viel, viel später. Und ziehe erst mal nur die Außenmauern hoch. Weil, wenn ich die Räume gezogen habe, ich habe ja noch eine zweite Etage, die ich bei allen Sachen reinbauen will. Und außer bei dem hier, das Ding kriegt keine zweite Etage, das kriegt nur einen Dachboden. Das ist ja keine richtige zweite Etage. Und da ziehe ich die Räume ja sowieso ganz anders. Ne, also... Mir geht es Richtung Brunnen, da will ich nicht. Aber ich muss jetzt Steine kloppen. Weil dafür brauche ich eine ganze Menge Steine. Und ich habe ja gesagt, wir holen uns die... Stellt hier oben eine Kiste hin, dann haut hier da immer wieder mal Steine rein. Okay, ist eine gute Idee. Ist sowieso eine gute Idee, da oben eine Kiste hinzustellen. Ich stelle eine Spinne unter mein Dach. Einfach um Sachen bauen zu können. Das ist eine richtig gute Idee. Oh nein, nicht da hinbauen. Einfach auch um Werkzeug und sowas zu lagern. Ich sollte auch Holz mitnehmen. Steine und so kann ich dir geben. Das ist super. Ich würde auch mal Holz und so mitnehmen. Damit ich auch Sachen bauen kann. Und ich nehme mal die ganze Erde mit. Die kann ich dann in eine Kiste schmeißen. Brauchst du Erde auch? Ne, einfach nur, falls ich mal irgendwie was hochbauen muss. Und ich brauche was, was ich schnell abbauen kann. Ähm... Ich glaube, dass ich mir dann da oben auch noch einen Ofen hinstelle. Ich stelle dann die Kiste... Wo stelle ich die hin? Ach, ich stelle die hier beim Eingang hin. So, hier ist okay, ne? Oder... Ja, da oben ist welches. So, dann ist da oben... Dann kann ich da auch Sachen reinlegen, falls du mal was brauchen möchtest. Äh, du brauchst von mir. So, und wir gehen jetzt wieder Steine kloppen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Genau, wir waren hier unten an unserem Spa. Hinten am Eingang. Oh, das ist ganz so gut. Ja, dann... Nein, alles gut. Ich kann das Ding auch umsetzen. Nein, alles gut. Genau, hier... Ach, wir waren hier unten runter, sind wir ja, wo wir... ...ganz viele Viecher gesehen haben. Hinten steht noch einer, das gefällt mir nicht. Ähm, gehen wir hier unten runter. Ähm, gehen wir hier weiter gucken. Und hier ist Eisen. Hier ist ganz viel Eisen. Das heißt ganz viel, hier ist ein bisschen Eisen. Und das nehmen wir mit. Ich will zwar eigentlich Steine sammeln, aber wir nehmen auch das Eisen mit. Warum sollten wir das verschmähen, wenn wir das schon finden? Na? Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Sehr schön. Da-da-da-ti, da-da-da-ti, da-da-da-ti. Zu mir, meine Schergen. Äh, nein, 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 nein. Das habe ich nicht wörtlich gemeint. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Blöde Pottsau. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du bist doof, du bist doof, du bist doof, du bist doof. Ich muss mich abgewöhnen, dass das so einen Cooldown hat. Oh Mann, ich muss mich da echt noch umgewöhnen, dass das Schwert einen Cooldown hat und dadurch schwächer ist, wenn ich das die ganze Zeit spamm. Ja, das hat einen Cooldown. Wenn du es die ganze Zeit spammst, ist es schwächer. Wurde ich gerade darauf hingewiesen. Ja, wir kennen das nicht mehr. Als wir das letzte Mal Minecraft gespielt haben, gab es dieses Schwert-Cooldown noch nicht. Ja, wir hatten noch mit 1,9 oder so. Das hatten wir gespielt, da gab es das noch nicht. Oder 1,7 sogar. Ich weiß nicht, ob es bei 1,10 schon den Cooldown gab. Da habe ich wahrscheinlich nie drauf geachtet. Ich weiß nicht, dass ich das letzte Mal mit 1,9 auf jeden Fall gespielt habe oder 1,8 war das. Da gab es diesen Cooldown gar nicht. Da habe ich der festen Überzeugung, dass es den noch nicht gab. Oh, und ich sehe da hinten eine Spinne. Ja, ich sehe dich. Ich weiß, dass du da bist. Ich laufe jetzt aber woanders lang. Oh, hier ist ganz viel Kohle. Die lasse ich aber mal eben links liegen. Da gehe ich unten lang. Oh, ist ein Creeper. Geh weg. Geh weg. Mann, mein blödes Mausrad hier. Ja, explodier, du Sau. Ich muss das... Oh, das Lava. Das ist eine ganz schön heiße Angelegenheit hier. Und das Eisen. Und rote leuchtende Dinger. Rote leuchtende Dinger? Ich glaube, das ist Redstone. Achso. Das blubbert. Ja, das sieht aus wie Redstone. Ja, das ist Redstone. Und das sieht aus wie Gold. Geh weg. Ja, es war klar, dass du mich umbringst. Oder fast. Ja, warte mal. Muss ich mit Eisen abbauen, ne? Oder war das egal? Ja, ne, mit Eisen. Wie gut, dass ich eine Eisenspitzhacke mitgenommen habe. Ich bringe Redstone mit. Frag' mal. Ich dachte, ich könnte dir mal was Gutes tun. Nein, das hat sie natürlich auch schon. Da habe ich eben 57 Stück gefunden. Hier unten ist ja noch mehr Lücken. Ich habe schon wieder einen See gefunden. Ih, und einen Bogenschützen. Ne, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, ach man, ich wollte den Redstone da nicht hinlegen. Dieses blöde Mausrad geht mir sowas von auf den Keks. Dafür, dass ich eigentlich nur Stein finden wollte, finde ich alles Mögliche. Stein gibt's ja auch nur, was wohl, ne? Also eigentlich nur Stein abbauen wollte. Aber so finden ist natürlich... Stein gibt's ja mehr als genug, ist ja klar. So, bitteschön. Oh, das ist ruhende Lava. Das ist fließende Lava. Oh, da rum ist noch Eisen, das ich übersehen habe. Ich gehe woanders hin. Ich gehe irgendwo hin, wo ich nicht gehauen werde. Hier sind jetzt zu viele Lücken. Da kann man gar nicht, das ganze... Die ganze Kohle kann ich noch mitnehmen. Wie viele Steine hast du denn mir da reingelegt? Fünf Stacks, glaube ich. Oh, ja, da kann ich ein bisschen mitbauen. Aber nur ein bisschen. Nein, dann muss ich doch für entschuldigen. Ich freue mich ja. Das sind fünf Stacks, die ich weniger abbauen muss. Ich muss jetzt erstmal wieder den Zugang nach oben finden. Oh, geht's hier wieder raus? Hilfe, wo bin ich? Wer bin ich und wann bin ich? Ich glaube hier hochlaufen ist immer eine gute Idee, ne? Oh, ja, hier bin ich richtig. Hier bin ich. Ah, ja, genau. Hier geht's wieder zurück in den Spa-Bereich. Dann haue ich doch hier tatsächlich mal meinen Stein ab. Ich gehe jetzt einfach meinen Steinbruch. So, hier. Das ist jetzt mein Steinbruch. Hier klopfe ich mich jetzt nach unten. So. Wir fangen jetzt wieder an, Locks zu botteln. Ich müsste meine Leiter mitnehmen. Dann würde ich mich stumpf so nach unten bauen. Das ist halt immer so im Kreis, weißt du. So, hüpf, 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 hüpf. Ja, auch schon wieder ein Stack voll. Mindestens. Ganz viel Kohle. Äh, ja, dir wünsche ich auch eine gute Nacht. Und du verpasst doch wieder gar nicht so viel. Weil, ähm, ich hab auf die Uhr auch geguckt. Ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen wieder früh hoch. Und, äh, da muss ich nämlich auch Schluss machen jetzt. Ich vergesse beim Spielen immer die Zeit. Das ist nicht gut. Aber ich muss meine Beute, ich bringe jetzt meine Beute noch nach Hause. Und, äh, dann mache ich auch Feierabend für heute. Äh, und dann sehen wir uns ja, wir sehen uns ja morgen. Äh. Und wie gesagt, wenn du mit der, wegen der Steuerung da testen willst, wir können uns gerne schon vorher eben wie, nach einer Stunde vorher zusammensetzen, wenn du das hinbekommst. Oder ansonsten musst du das tatsächlich mal so, äh, frei testen. Du hast ja die Möglichkeit, das, ja, da auszuwählen. Hm. Hm. Das kommt da alles rein. Bis auf das. Ein Stone schmeiß ich da auch rein. Okay, dann eine gute Nacht euch zwei. Ich probiere es aus und es nutze Schreichung Hilfe. Jawohl, ja. So machen wir das. So. Äh, Inga, wenn sie das mit dem Spähnchen bekommt, so wie sieht das denn? Ach, wo sieht das jetzt aus? Wenn nicht das. Sie hat sich ja Among Us geholt fürs, äh, bis morgen. Ja, bis morgen. Für den Laptop geholt und, äh, muss nochmal mit der Steuerung üben. Aber man hat ja die Möglichkeit, dort, ähm, so ein bisschen frei rumzulaufen und das auszutesten mit der Steuerung. Und sich so ein bisschen die, die Taschen und sowas anzugucken. Okay. Bist du in der Nähe vom Bett, oder? Nee. Nee. Aber gleich. Okay. Ja, weil ich will jetzt auch gleich Feierabend machen. Sonst komm ich morgen früh nicht wieder raus aus dem Bett. Ja, und ich muss nur auch drüben dekorieren. Richtig. Soll ich dir helfen? Hm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, wirst du zum Bett? Ja. Weil dann machen wir den Tag noch eben zu Ende. So quasi, ne? Und dann kannst du dich ausloggen. Genau. Ich mach das dann auch. Und, ähm, damit hat sich das Stream für heute auch erledigt. Ähm, und vielen Dank an alle. Ähm, auch, dass ich die 50 Follower jetzt erreicht habe. Ähm, da bin ich euch mega dankbar für. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das heute noch schaffe. Und deswegen ganz, 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 ganz vielen lieben Dank. Auch ganz vielen lieben Dank an, äh, Fishbone für, für die, für diesen tollen Support dadurch. Ähm, An alle, die heute ein Follow da gelassen haben, ganz vielen lieben Dank. Ähm, Ich bin richtig happy. Und werde jetzt ganz entspannt und genüsslich, äh, mich hinlegen. Und, ähm, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Gehabt euch wohl.